Die Sendung wurde live untertitelt. Oder erfällt es vielleicht erst mal ein Bier. Dann nehme ich das Bier. Momentan gehen wir davon aus, dass der Täter aus dem Großraum Karlsruhe Mannheim stammt. Du kannst nichts dafür. Das hätte jedem passieren können. Sind Sie Journalist? Ja, ich arbeite hier für diese Festzeitung. Wieso? Ich verstehe das nicht. Die haben überhaupt noch gar keine Spur. Und an dieser Stimme... Was standen die Tote? Wer ist die Frau, mit der du heute Morgen aus dem Haus gekommen bist? Wie umhörst du mir jetzt hinterher? Wer ist das? Du hältst dich da raus. Haben wir uns verstanden? Ich häng da auch mit drin. Ah, Renz? Kommissar Wagner? Langsam, langsam, langsam. Oh! Das mit dir und dieser Frau ist vorbei. Was hast du ihnen gesagt? Die Wahrheit. Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Aber ich bin nicht so weit. Vielen Dank.